im winter sind wir tatsächlich schon angekommen dann starten wir mal ich habe keine ahnung ich habe es nicht getestet und gar nichts unser hungerbalken feinde angriffe der basis also wir können auch friedlich spielen auf leicht auf normal und auf schwer ich glaube friedlich ist so einfach angriffe auf basis wir spielen mal mal gucken was dabei rumkommt wir versuchen mal unser glück nimm schwer nixen nixen ehemann nixen also herzbalken sehe ich hier unten hungerbalken bewege dich mit wasd und drehe die kamera mit kuh okay inventar auf i gesundheit hunger sauerstoff rüstung schmiedekunst alchemie technologie rezepte buch stelle mit hilfe eines kraft tisches ein eimer landwirtschaft kochen also drei zutaten ergibt eine suppe zum beispiel elektrizität bauer ein windrad und eine batterie um elektrische energie zu produzieren hallo mein kleiner schwarzer engel einen wunderschönen guten abend schmelzen schmelzen also verschiedene erze eisenkopfer gold waren schätze ich mal so und sauerstoff wie repariert man den luftfilter klicke auf luftfilter um die benötigten gegenstände zu sehen okay charakter journal benutze den schalter um die tür zu öffnen und eine karte haben wir auch die ist groß hier sind die spieler baufeld luftfilter und so weiter das sind die zeichen dafür okay soweit so gut gehe zum computer oh guck mal hier sind unsere warte mal ich will einmal ganz kurz noch mal zurückgehen das hier sieht aus wie unser lager oder so truhe guck mal hier was haben wir hier stoff haben wir hier drin okay das ist unser inventar okay lassen wir den stoff mal da drin wir wissen dass wir welchen haben hallo heiko eine konservendose ich habe noch nie was gespielt in der ansicht von oben also wo das von haus aus so ist hier zum computer guck mal hier haben wir auf jeden fall schon mal ein skillbuch für technologie schrott tomaten also ernähren könnten und jetzt noch mal ein skillbuch alchemie schaufel war noch mal stoff und stein lassen wir mal drin oder wollen wir das wenigstens mit rüber können wir das hier oben hinschieben ja dann holen wir uns den stoff von oben auch noch also solche sachen habe ich lieber im k.o. wir haben neue samen die könnten wir doch eigentlich gleich anpflanzen oder heilungstrank und noch mal tomaten wenn wir jetzt hier nicht schaufel inventar das drei kann man das hier anpflanzen nee ne kann man das hier anpflanzen eventuell probieren geht über studieren aber er schleppt sich aber tot ne nee können wir nicht okay dann lassen wir das noch mal sein ich will noch mal doch kurz den stoff holen hallo liebe grit wie gesagt ich habe jetzt ich hatte euch ja beim letzten mal beim letzten demo dienstag hatte ich euch ja gefragt ob ich die spiele vorspielen soll da habt ihr gesagt nein zu weit weg okay wir haben noch mehr samen gefunden sehr schön dann machen wir die samen mal hier rein wir haben bis jetzt nur eine hose keine schuhe kein oberteil gar nichts aber unser hungerbalken geht schon weg warte mal ich habe hier noch was gesehen und noch eine truhe gesehen kürbis ohne axt und eine latüchte sehr aber sehr schön schrott also wir müssen das hier tatsächlich ein bisschen genauer untersuchen vielleicht eher schaufeln dann pflanzen meinst du ich glaube ne bei schaufeln hat er ja gesagt da gibt es nichts zu schaufeln aber hier unten ist noch schrott zu finden man muss das wirklich ganz genau untersuchen so schaufeln aus der hand so die leiter hoch spiel gespeichert ich mache jetzt hier erstmal den messi und tue hier erstmal alles einsammeln item radar knüppel oh wir können uns schon verteidigen und ein brett die musik ist laut warte dann machen wir die natürlich etwas leiser hallo lavisinchen so ich glaube das geht oder so hier haben wir noch eine truhe die haben wir leer hier ist noch ein büchlein wir machen hier erstmal voll die loot tour eine spitzhacke die reihenfolge wie bei minecraft eigentlich müsste der knüppel nach vorne aber nun gut also ernährungstechnisch haben wir so ein bisschen was zusammen zerstöre tür mit der axt mit der spitzhacke ok mit der spitzhacke gedrückt halten ok siehste werkbank uh wir haben eine werkbank gefunden eimer brett stoff steinziegel chip brauner chip goldener chip blauer chip kleiner generator oh gott oh gott oh gott großer generator und sensor also hier können wir jetzt unsere sachen herstellen sehr gut noch ein brett wir können wie gesagt wir können das auch seitlich drehen vielleicht ist das angenehmer für euch noch mehr samen ein sauerstofftank ein buch technologie computer was ist passiert ich kann mich an nichts mehr erinnern kannst du den flugschreiber prüfen irgendetwas hat das zweite triebwerk beschädigt der rumpf ist komplett zerstört wo kann ich hilfe finden wir sind in der nähe eines alten turms abgestört vielleicht findest du dort etwas nützliches ich werde dort nachsehen ok warte kurz die luft um das luftschiff die luft um das luftschiff herum ist kontaminiert behalte die sauerstoffanzeige auf deinem rucksack im auge ist das alles draußen kannst du ein schild finden auch andere gegenstände könnten sich als nützlich erweisen komm zurück falls du etwas findest ok quest ist aktualisiert wir sollen das schild finden aber bevor ich losgehe mache ich mir hier noch gucke ich mich hier nochmal um mit kuh nochmal drehen da oben sind zahnräder die sind bestimmt ja siehste hab ich mir schon gedacht da hatten wir schon reingeguckt haben wir denn jetzt alle Truhen geleert kann man die Fässer auch auf Marni ne das ist nur die Werkbank wie man einen das mit dem Eimer war vorhin nur als Erklärung wie man solche Sachen macht ich hab nur immer Angst dass ich hier tatsächlich irgendwas übersehe was ich nachher eventuell brauchen könnte aber es ist nichts weiter zu sehen ne ne ok wenn wir jetzt hier hoch gehen gehen wir wahrscheinlich raus heißt ich würde noch ganz gerne nochmal ein wenig aufräumen hier soll ich die Dinge mit rausnehmen was sagt ihr Schmiedekunst 1 Alchemie 1 Technologie 2 das mit dem Eimer Ehemann war hier im Rezeptebuch was man hier so machen kann das so als Erklärung was man hier so machen kann pack was weg ja hab ich auch so zumindest das Saatgut oder so und die warte mal Stein bleibt hier Stoff bleibt hier nachher brauche ich den ganzen Kletterer Datsch ich sag's euch die Bretter du hast doch Kissen pack sie da rein ja ich denke auch so den Rest nehme ich aber mit wer weiß wozu Itemradar würde ich mitnehmen ok Sauerstofftank auch ne aber der sagt ich sehe auf meinem Rucksack wie weit ich noch Luft habe also momentan sehe ich das nicht dieser Balken zeigt den Grad der Luftverschmutzung an wenn der Anzeige im gelben Fels ist verlierst du an Sauerstoff sei vorsichtig ja können wir das hier mal Halt die Leertaste oder Shift-Taste gedrückt um zu rennen benutzen interagieren aufteilen immer sprintendes Caps-Lock Schild fest aktualisiert geht gehe zu dem zerstörten Relaissturm zeigen verbergen was warte ich will den Schrott noch mitnehmen oh wir haben endlich Schuhe oh wie schön wir haben endlich Schuhe weiter Leertaste Shift-Taste du kannst die Bücher sammeln und Crafting-Skills verbessern Technologie Alchemie und Schmiedekunst also solange wir hier im blauen sind haben wir noch Sauerstoff okay oh Gott was ist das Sauerstoff auf dieser Anzeige zeigt aktuell Sauerstoff Pegel Houston ich habe ein Problem ähm Houston wir haben ein Problem da komme ich nicht runter kann ich gegen den kämpfen wahrscheinlich nicht oder kann ich wahrscheinlich nicht der macht mir Schaden oh der macht mir Schaden aber richtig also gegen den kämpfen kann ich tatsächlich nicht geht zum zerstörten Relais Sturm Relais Turm wo ist der der schießt auf mich da hatten wir was reingetan Stein der müsste oben sein Schrott da Zehnerstapel natürlich wenn ich jetzt was esse heile ich dann oh sieben Herzen ah ich heile also der macht die Tomaten machen meinen Hunger 66 82 92 plus 5 Herzen bin zwar jetzt dann nicht ganz hoch geheilt aber mein Hunger ist dann auch ein bisschen verschwunden gut dann wären wir mal nach nee nach oben warum dreht der sich die ganze Zeit das ist echt die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig nee wir müssen ja runter ne war noch ne Truhe hab ich die mitgenommen ja ja Relais Tomas oben ja oben ist aber gut na ich hab noch oben noch gar nicht alles erkundet hier komme ich doch nirgendwo weiter runtergehen kann ich nicht hier kann ja hier nicht runtergehen von dem Teil stimmt die Schuhe anziehen Charakter äh Schuhe wollte ich auch anziehen siehst du so kann ja hier von dem Teil nicht runter danach da kann ich nicht laufen dann schießt der ja gleich auf mich will nicht dass der auf mich schießt jetzt geht mein sauerstoff löten ist das hier der Relais Turm noch ein Skillbuch und noch ein sauerstoff tank Spitzhacker wer weiß wozu der Stein noch gut ist Hallo Jan Schutzraum das war Glück so Batterie Schrott Pilze Kaffee oder Suppe je nachdem Steine machen wir mal hier oben hin ich glaube ich hatte echt zu viel Angst weil der mich beschossen hat dass ich da nicht Elektroschrott da hatte ich reingeguckt naja viel Freude beim Essen machen so und hier würden wir jetzt wieder rausgehen es ist jetzt Nacht ist das eine gute Idee nachts raus zu gehen ist das eine gute Idee oder nicht da ist er schon wieder ja ist ja gut ich habe keine Ahnung wie es zurückgeht ich habe keine Ahnung wie sie wieder wegkommen da ist da ist ein Erz boah der dauert ja ewig die Frage ist jetzt nutzt sich das auch ab ach warte mal wo war die Map nochmal auf Tab-Taste ne auf der Tab-Taste war die Map ne stimmt da steht eine Anzeige ja ich habe auf den Balken geguckt ob da ein Balken ist schlaufe doch Junge und Sauerstoff haben wir auch keinen mehr unser Sauerstoff wird alle Tag zwei oh alte wie schnell wird der mein Sauerstoff bitte alle so ich glaube umso schneller ich gehe umso schneller wird der alle oder ich habe keine Ahnung wo wir hier hin laufen und ob das eine gute Idee ist ich muss mal einmal ganz kurz gucken äh wo die ist wo die Map war äh gameplay gameplay rennen left shift space links drehen inventar kart auf m hab ich doch ach so weltkarte ja schutzraum den haben den haben wir gefunden da ist unser 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 absprung wie weit sind wir weggelaufen bitte aber der Sauerstoff geht echt schnell vorbei ne äh ja mein Teleport was Teleporter gefunden auch nicht schlecht bitte lass mich hier noch ein bisschen Sauerstoff und so ein Kram finden Generator okay äh roter Kristall wird benötigt dein ernst roter Kristall wird benötigt also können wir diesen Teleporter aber wir können das dann quasi zwischen den ganzen Orten hin und her teleportieren also das ist das Zeichen für Teleporter aktuelles Ziel das ist das aktuelle Ziel also wenn wir rauskommen oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott wenn ich das mal schaffe laufen wir jetzt in die richtige Richtung ja wir laufen in die richtige Richtung höher oder nee wir laufen nicht in die falsche wir laufen genau in die falsche Richtung